Ja, hiermit empfehle ich Ihnen den Speck Brunner aus dem Hause Ralf Wirtschfeld, ein 2011er, ein sehr fruchtiger Wein, das ist ein Wein aus roten Trauben, also ein Weißwein aus roten Trauben und dieser Wein zeichnet sich durch seine feine Frucht, durch seine Eleganz und das ist eine auch spritzige Art aus. Das ist ein Blanc Noir, der im Edelstahltank ausgebaut wurde. Er hat deswegen noch seine fruchtige Art behalten und normalerweise lager ich die Speck Brunnerweine im Eischnorzfass, aber hier, das ist das Novum vom Blanc Noir, dass der im Edelstahltank ausgemacht wurde. Er ist ein sehr frischer, fruchtiger Wein. Der Wein hat einen Alkohol von 12%, 7 Promilsäure und 5 Gramm Restzucker. Das ist ein feiner, fruchtiger Wein, der durch seine Ananasnote besticht. Er kann in den Sommermonaten gut getrunken werden und ist ein hervorragender Blatter zu jedem Spargelessen.